Tja, und damit einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Sniper Elite 4 mit dem Tamiro. Hallihallo! Das klingt fix. Das klingt richtig fix. Oh, das sieht so gut aus mit der Sonne. Oh, Alter. Ja, ist schon nice, ne? Sunflash, A1-9000. Achso, ich kann ja nicht reden. Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. War das ein Test, ob ich Ihrer Sache verpflichtet bin? Unsere Leute sollten hingerichtet werden. In der Vergangenheit war nicht immer Verlass auf die Alliierten. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie es. Na gut. Ein Eisenbahngeschütz steht am Viadukt. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele Ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt? Betrachten Sie es als Herausforderung. Ja, na super. Also die hätten das selbst machen können, aber die holen uns jetzt als... Naja, toll. Ah, der Scharfschütze. Mein Name ist Lucio. Ja, Lucio, aus der Altenburg-Ruine. Der Engel hat euch rechtzeitig gerettet. Ja, er... Das hat sie. Sie ist ein warmherziger Engel, hm? Na ja, eher ein Rache-Engel, wenn ich mir die Anzahl der getöteten Faschisten so ansehe. Mag sein, aber... Sie tötet nur böse Männer, hm? Und, äh, was ist mit ihnen? Töten sie auch nur die Bösen? Aber ja doch. Ja, muss er lachen, muss er da. Ja, ähm... Also, ähm... Karl, Sie haben ein Englein gehört. So ist es. Passen Sie auf. Ich habe einen Informanten namens Dorfmann. Weit oben in der Nazi-Hierarchie. Kann man ihm trauen? Nun, bisher war er stets eine verlässliche Quelle. Angeblich gibt es ein größeres Munitionsdepot in der Nähe des Viadukts. Und Sie wollen, dass ich es zerstöre. Da fragen Sie noch? Ja, gut. Wir sind also der Arsch für alles. Ja, auf jeden Fall. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Amerikanischer Aufklärer über der Gelino abgestürzt. Konstruktion streng geheim. Unbedingt Piloten samt Luftaufnahmen finden. Außerdem Flugzeugwrack zerstören. Ende. Hab verstanden. Ende. Was ist denn jetzt noch alles? Ich weiß es nicht, aber ich glaube... Gehen wir hier runter? Mission starten. Ach so, wir zu starten. Ja, bitte. Ja, bitte. Diese Deutschen. Immer diese verkackten Deutschen. Oh, das ist eine große Karte. Ja. Ich gucke mir gleich mal an. Ich sehe schon ein paar Leute hier drüben. Oh, ich sehe einen Schauschütze. Das ist laut genug, um meine Schüsse zu tarnen. Ja, das ist es wohl. Oh Gott, das sind ja immer alle Deutsche. Ja, ja, das sind immer mehr Wenders, ey. Da drüben ist auch noch einer. Hier unten ist auch noch einer. Oh, oh. Das. Oh, da ist noch einer. Okay, Infanterie. Ist die Frage, jetzt wollen wir alle von hier drüben erledigen? Ich meine, die werden uns garantiert nicht hören. Aber der Schauschütze ist erstmal wichtig. Wo ist da hin? Ach, da ist er. Der hockt da wieder. Willst du? Ich versuche einfach mal mein Glück. Auch wenn mein Zoom jetzt nicht gerade da höchste ist. Ganz gegen das Pulverfass daneben. Oder warte mal, eben war ein Schuss übertöntes... Ja, das ist, weil das Geschütz schießt. Ah, okay. Das Eisenbahngeschütz. Ich probiere es einfach mal, oder? Ja, mach mal. Okay. Schuss. Ja. Schuss. Ja. Hat das deiner gerade gesagt? Ja. Dankeschön. Gerne. Shit. Ja, ich habe auch daneben. Du bewegt dich zu viel. Sauber. Einer weniger. Das Gewehr ist gut. Aber mein Puls geht extrem nach oben. Ja, meiner gerade auch. Deswegen mache ich kurz Pause. Okay, aber von hier oben ist es eigentlich ganz gut. Wir können hier eigentlich nochmal ein Momentchen bleiben und gucken. Ja. Sie sich wieder erholen, vielleicht. Und die wissen auch gar nicht, wo wir sind. Nee, genau. Das ist der Vorteil jetzt gerade hier. Sonst gut, dass wir hier starten. Ja. Nee, konzentriere dich lieber. Okay, der war weg. Ist nicht einfach. Über 500 Meter zu schießen. Gerade weil ich so einen 6-fach Zoom habe. Warte. Warte. Fahrengelass nutzen. Warte, hat ihn wieder verarztet. Ja. Das machen die Deutschen. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Den braucht ihr auch richtig lange, bis der irgendwie still gesessen hat. Es zeigt rot an, aber ich treffe halt nicht. Warum auch immer. Ja, man muss nicht die Dinger kaputt machen. Wenn einer dran wäre, dann hätte sie schießen können. Tja, das... Ich dachte, es wäre ein Gegner gewesen. Versuch den da oben nochmal zu erwischen. Ja. Feind sucht. Na, komm schon. Okay, den hast du. Mhm. 565 Meter. Die anderen sind jetzt ein bisschen weiter weg. Ja. Nehme mal hier hin. Vielleicht komme ich von hier noch irgendwo ran. Aber das sieht nicht so aus, als sind die Bäume im Weg. Der Scharfschütze ist da hinten noch. Oh nein, das ist ein anderer. Das ist nur ein Soldat, der kommt wieder zurück. Einen Scharfschütze hatte ich, glaube ich. Ja, genau. Es zeigt rot an, aber ich treffe halt nicht. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Das gibt es ja nicht. Okay. Okay, ich habe ihn. Du hast ihn. Gut. Ähm. Ich rück mal ein bisschen vor. Ja. Ob so, du trittst mir doch auf den Stirn mit deinen Füßen. Hier kriegen wir keinen Hahn. Wenn wir hier bleiben. Vielleicht kommen wir irgendwie auf die Felsen oben rauf. Oh, das sieht hier sehr... Ich glaube, wir sollten nach rechts. Weil da ist das Flugzeug erst mal. Ja, ich muss mal eben kurz auf die Map gucken hier. Ich glaube, wir sollten erst mal zum Flugzeug, ne? Ja. Sollen wir auch die Kontrollpunkte sichern? Ja, das sind zwar optionale Missionsziele, aber ich würde schon alles machen. Ja, okay. Der erste ist 300 Meter in die Richtung hier. Also nach links, Kontrollpunkt. Oder wie willst du gehen? Ja, dachte ich, oder? Gut, dann machen wir nach links. Dann machen wir den ganzen Bogen einmal rum. Ja. Achso, und der nächste ist hier 170 Meter im Fernseher. Eben, ja. Ah, okay. Jetzt mal wieder Nullen. Siehst du jemanden zufällig? Ich sehe ihn auf dem Minimap-Fälscher. Aber jetzt so... Nein. Sorry. Negativ. Okay. Das sind richtig viele. Ja, ich bleib mal hier oben. Ja, mach das. Ich rück der Weile so ein bisschen weiter vor. Einen hab ich markiert. Ja, ich auch. Ist immer weiter weg. Drei markiert. Eine ist tot. Ja. Drei markiert. Ah, okay, ja. 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 Wir haben hier... Wir haben keine... Scheiße. Wir haben keine Unterscheid-Munitionen. Geht da runter. Okay. Oh Gott. Haben die nicht mitbekommen? Nee. Weil der Kasten ja gerade so ein bisschen... ...n paar Geräusche macht. Treff auch den da. Scheiße. Doch nicht. Doch. Wir sind auf jeden Fall jetzt so ein bisschen in Aufruhe. Okay, sauber. Und nur von beiden Dingen. Oh, da sehe ich noch einen. Ja. Oh, das ist sogar ein... Ach, Herr Admiral. Ach so. Hast du ihn? Oder wir... Oder wir... Oder wir haben... Ja, ja, ich hab ihn. Okay. Okay, weiter sehe ich momentan noch keinen. Oh, 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 oh. Da wurde jemand entdeckt. Ja. Ach so. Ich. Verstehe. Wieder zwei markiert. Ja. Einer weg. Ja, den anderen kriege ich. Da ist noch einer. Oh, Kollege. Ja, das hätten wir. Okay, sauber. Okay. So. Munition. Also der Kontrollpunkt, der ist jetzt quasi sicher von uns, ne? Der ist sicher, genau. Okay, super. So soll das sein. Mal gucken, was der Offizier hat. Ja. Vielleicht hat er auch noch ein Dokument. oder sowas. Äh, ja, du weißt es. Ach, siehst du. Dienstplan. Alles klar. Oh. Scheint alles gewesen zu sein. Hm? Oho. Was ist das? Hm. Nee. Da. Nee, nee. Ja, ich dachte immer, meine Waffe. Okay. Ähm. 238 Meter. Nächster Kontrollpunkt. Gut, der ist jetzt genau in die Richtung. Ja, wir können ja mal gucken, ob wir... Nee, glaube ich nicht. Nee, die sind irgendwo hinter. Oder? Würde ich nicht erwischen. Gerade. Nee. Nee, zeigt gelb an. Gut. Vielleicht von der Hütte aus oder so? Gut möglich. Nicht er hoch? Okay. Nope. Okay, ansonsten, geh du dann mal in die Hütte und guck mal so ein bisschen. Also, in die Hütte kann man nicht rein. Kann man nicht rein? Okay. Nope. Pass auf, links von dir. Sind zwei. Tamiro, links. Ja, okay. Ich hab den markiert. Die sind nur auf den Steg. Ja. Da ist ein Kanderator. Kann man den anschießen? Den kann man... Da kann man draufschießen, ja. Ah, jetzt ist er natürlich weg. Ah, ah, ah. Ja, warte. Also, machst du den beim Steg und ich mach den davor. Ja, sag an. Drei, zwei, eins. Mist, hat sie kommt. Ah, sauber. Huh, okay. Jetzt sind aber die anderen sauer. Was schießt du denn rum, da wie ein Zeug da? Ich nicht. Das sind die Feinde. Ach so. Ja. Wow, 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 wow. Da sind welche mit Karabiner dabei. Okay. Ich muss mich zurückziehen. Die waren dann doch näher als gedacht. Ja, das täuscht ganz schön, ne? Das täuscht echt. Okay. So, ich bin auf dem Steg. Ja. Ich muss das mal von hier angucken. Sauber. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Boah. Aber man muss echt sagen, die Entfernung, das täuscht übelst. Ja. Man denkt da so 100, 200 Meter. Ach, die sind ja noch weit weg. Nee, ist gar nicht so. Ich kann von hier aus keinen erwischen, weil die irgendwo hinter sind. Schade. Keinen erwischen. Der hier irgendwo rumläuft. Oh, fuck. Okay, wir haben mich hier gesehen. Auf dem Steg. Scheiße. Ich komme nicht weg. Aber die Hüfte kann irgendwie ein bisschen. Wo ist deine? Ich sehe die nicht. Da mal. Alter. Fuck. Lass die kommen. Infanterie. Ja. Halt die mal so ein bisschen in den Schacht. Zwei down. Okay. Es kommt keiner mehr. Alles klar. Alles klar.